Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video stelle ich Ihnen das neue Dashboard vor. Das Dashboard liefert Ihnen auf den ersten Blick alle wichtigen Informationen rund um Ihr Unternehmen. Bei der ersten Anmeldung sieht das neue Dashboard so aus. Die einzelnen Elemente, die Sie hier sehen, sind sogenannte Widgets, also kleine Anwendungen, die Sie im Dashboard individuell einstellen und anordnen können. Um ein Widget zu verschieben, muss die Maus zum Titeltext eines Widgets bewegt werden und dann mit gedrückter linker Maustaste auf die gewünschte Position verschoben werden. Sobald das Widget verschoben wird, erscheint ein Positionskreuz. Das Widget muss auf die entsprechende Wunschposition im Kreuz gezogen werden und dann richtet sich das Widget entsprechend neu aus. Sie können die Widgets also beliebig neu anordnen. Wenn Sie die Maus zum Rand eines Widgets bewegen, können Sie die Größe, die das Widget einnehmen soll, anpassen. Mit einem Klick auf das graue Plus am rechten Rand öffnet sich das Menü, um Widgets zum Dashboard hinzuzufügen. Im Untermenü Verkauf fügen wir hier mit einem Doppelklick auf Übersicht Bestellung ein Widget zur Anzeige der Bestellung zum Dashboard hinzu. Jedes einzelne Widget hat Einstellungsmöglichkeiten, die Sie mit einem Klick auf das Zahnrad im Widget öffnen können. Das Zahnrad erscheint erst, wenn Sie mit der Maus über den Titel des Widgets fahren. Im Untermenü Layout können Sie das Aussehen des Widgets anpassen und zum Beispiel die Farben verändern. Unter Erweitert finden Sie weitere Einstellungsmöglichkeiten, die sich je nach Widget allerdings stark unterscheiden können. Als nächstes fügen wir das Widget Aufträge pro Plattform hinzu. Dieses Widget zeigt uns in einem Balkendiagramm, aus welchen Plattformen wie viele Aufträge erzeugt wurden und dient zur Übersicht. Um ein Widget aus dem Dashboard zu entfernen, klicken Sie auf das kleine X in der rechten Ecke des Titels vom jeweiligen Widget. Auch dieses X wird erst durch Überfahren mit der Maus sichtbar. Auch das Statistikmodul ist mittels Widgets mit dem Dashboard verknüpft, sodass Sie Zugriff auf sämtliche Statistiken von JTL-Wawi direkt im Dashboard haben können. Zur besseren Übersicht verschieben wir hier die Widgets ein wenig. Einige Widgets kommunizieren mit JTL-WMS. Diese finden Sie im Menü WMS. Mit einem Doppelklick fügen wir hier eine Übersicht der angemeldeten WMS-Benutzer dem Dashboard hinzu, sodass wir immer sofort erkennen können, wer im WMS angemeldet ist und wer nicht. Da viele Widgets auf geschäftssensible Daten zugreifen und diese nicht für alle Benutzer einsehbar sein sollen, wurde die Rechteverwaltung entsprechend angepasst. Unter Einstellungen, Benutzerdatenrechte, Rechteverwaltung rufen Sie wie gewohnt die Rechteverwaltung von JTL-Wawi auf. Im Menü der Rechteverwaltung, unter Rechte, finden Sie unten den neuen Menüpunkt Dashboard. Bitte beachten Sie, dass die Einstellungen des Dashboards individuell an die Benutzer gebunden sind. Also wenn Sie als Benutzeradmin Ihr Dashboard eingerichtet haben und die Wawi neu starten und sich dann zum Beispiel der Benutzer Müller anmeldet, hat dieser dann ein eigenes, individuelles Dashboard. Wenn sich ein Benutzer an einem zweiten Arbeitsplatz anmeldet, dann kann er sich für diesen zweiten Arbeitsplatz wieder ein komplett eigenes Dashboard speziell für diesen Arbeitsplatz einrichten. Selbstverständlich gelten die Rechte, die in der Rechteverwaltung getroffen worden sind, auf allen Arbeitsplätzen, sodass kein Benutzer Daten einsehen kann, auf die er nicht zugreifen darf. Dies war eine kleine Einführung in das neue Dashboard von JTL-Wawi und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das war eine kleine Einführung in der Nähe von JTL-Wawi und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.